Grüß dich, Namaste, das Leben ist schön. Ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich ein paar Meditationen aufnehmen, was ich nachher möglicherweise auch noch tun werde. Aber jetzt ist gerade so eine Zeit, wo die Menschen möglicherweise was sehen wollen oder hinschauen wollen, hinsehen, hinhören und der Ofen brennt, die Gitarre ist da und es ist gerade so, als würde mir irgendjemand sagen, Manfred, sprich in eine Kamera. Witzig. Habe jetzt ganz lange nicht mehr gemacht, zumindest nicht so, also in diese Kamera. Diese Kamera wurde mir geschenkt zum Hochzeitstag von meinen Trauzeugen, so irgendwie, als sollte ich einen Teil von meinem Leben dort abbilden. Ich bekomme derzeit unglaublich viele Dinge geschenkt, Bücher, die jahrelang rumliegen, unverstanden und ich schlage die auf und da ist meine Stammesruhne drin. Ich schlage die auf und sind 400 Seiten und ich schlage meine Stammesruhne auf. Und dann lese ich etwas oder ich erfahre etwas. Dann kommen Menschen, bringen mir irgendwelche Informationen vorbei, ich nehme sie auf. Sie sind erlöst von dieser Information und für mich geht ein neues Tor auf und damit kann ich wieder andere Tore aufmachen. Also es ist derzeit eine wunderbare Zeit der Toröffnungen. Es ist enorm spannend und gleichzeitig auch entspannend und erlösend, wie viele Tore etwas aufgehen und wie auf einmal das fließen darf, was bei mir jetzt da so fließt. Einfach, dass man das tut, was man will, ohne zu fragen. Und dann merkt man plötzlich, dass das ja auch niemanden beeinträchtigt, in seiner Freiheit zu tun, was er will, ohne zu fragen. Und da glaube ich, dass man einen ganz wichtigen Aspekt und einen gewissen Punkt angelangt, der seit 28.01. seit der Freeman Sendung so richtig Furore macht. Was bedeutet Freiheit? Wir werden jetzt, ob wir es wollen oder nicht, alle miteinander befreit von Befehlen, Beziehungen, Bekenntnissen und alles, was wir so bekommen haben. Was so durch das Bekommen zu uns gekommen ist. Was bei uns Gedanken, Gewissen und ähnliche Dinge gemacht hat. Ja, und ich denke jetzt mal, ein Großteil der Bevölkerung wird wie immer einfach nicht wahrnehmen oder nicht erkennen, was geschieht. Aber ein immer größer werdender Anteil der Menschen nimmt daran Anteil, weil er sie ein Teil davon ist. Anteil zu nehmen an einer Geschichte, die darf ich einfach eher Lösung nennen. Es ist ganz interessant, dass wir aus dem sogenannten Kali-Yuga, aus dem dunklen Zeitalter, Ende 2012 rausgeschwappt sind und die Menschen haben immer darauf gewartet, dass da irgendwie drei Tage Dunkelheit kommen. Und sie haben gar nicht mitgekriegt, dass da drei Tage Dunkelheit waren. Aber halt einfach in einem anderen Frequenzbereich, als dass unser Auge gesehen hätte, dass es dunkel ist. Ich meine, unser Auge hört ja auch nicht, wenn man beim Equalizer zwei Frequenzbänder rausnimmt. Zum Beispiel, was weiß ich, 125 Hertz und 12500 Hertz, das nehmen wir raus. Wenn ich das aus meiner Stimme rausnehme mit einem Equalizer, hören die wenigsten einen Unterschied. Und so wurden auch gewisse Frequenzbänder in die Dunkelheit geschickt. Und die drei Tage Dunkelheit haben wir seit 2012 mindestens viermal, gefühlt siebenmal erlebt. Und die Leute warten immer nur auf die drei Tage Dunkelheit. Die sind vorbei, Leute. Die drei Tage Dunkelheit haben wir schon lange erlebt. Und wenn du sie erleben willst, dann liegt die drei Tage hier und schlaf. Dann hast du auch drei Tage Dunkelheit. Zieh die Vorhänge zu. Es kommt nicht das, was wir apokalyptisch prophezeit gesehen haben oder geglaubt haben, sehen zu müssen. Das wird nicht kommen. Das ist schon vorbei. Und jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die dann sagen, Oh Scheiße! Na ja, als wenn die Welt nicht untergeht, weil es schon untergegangen ist oder aufgegangen ist. Was tue ich dann? Und dann stürmen sie in die nächste Synagoge und schauen, wer dort gerade was predigt. Und der predigt dann was gegen Chemtrails. Und dann sagen sie, das kenne ich schon, die Chemtrails ist nicht meins. Dann gehen sie in die nächste Synagoge und da ist der nächste Heilsprediger. Und der predigt, wir haben ein System, das muss so und so und so ausschauen. Zum Beispiel ein Tauschkreis, ein Schenkkreis. Aber natürlich nur die, die sich in diesen Kreisen was schenken. Die anderen Schenkkreise sind nicht unsere Schenkkreis, Freunde. Das ist Schwachsinn. Das ist so wie Religionen. Die sind nach wie vor wieder die gleichen Religionen unterwegs wie vor 2000 Jahren. Irgendwelche Pharisäer, die irgendwas predigen und irgendwas tun. Und es gibt ein paar, eine Handvoll Leute, die sind da. Und wer sie fühlen kann, der weiß auch wer sie sind. Und diese Handvoll Leute, die wollen gar nichts. Die sind bedingungslos. Und sagen einfach, sei der oder das oder die, der du bist. Aber nur wenn du es willst. Die meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, zu einer gewissen Sorte von Therapeuten, Therapie heißt ja nichts anderes wie Begleitung, zu einer gewissen Sorte von Therapeuten kommen. Die wollen antworten. Und ich antworte ihnen. Es gibt Menschen, die so lange fragen, bis der, der antwortet, vermeintlich keine Antwort mehr hat. Und dann glauben sie, in ihrem Zweifel Sieger zu sein. Nein. Nein. Das sind, das sind sogenannte Therapie Hopps, Island Hopping. Es gibt so Island Hopping, es gibt so Glaubensmuster Hopping. Das ist völlig in Ordnung. Aber um das geht es nicht. Dann gibt es Leute, die fragen so lange, bis sie die Bestätigung für das bekommen, was sie am Anfang gewusst haben. Auch das ist wichtig. Du darfst dich gerne wieder dort einfinden, wo du irgendwann mal den Ausgangspunkt hattest. Es gibt ganz viele, die jetzt anfangen zu laufen, weil sie spüren, dass Endzeit ist, oder dass jetzt Entscheidungszeit ist. Und eine Entscheidung heißt auch, ich muss mich von irgendwas verabschieden, scheiden. So, die Entscheidung heißt bei der Geburt, Geburrat, dass ich durch die Scheide am Ende meines pränatalen Daseins jetzt endlich, Endlicht, mein Licht am Ende in die Welt bringe. Und diese Entscheidung haben alle Menschen, die jetzt hier sind, getroffen, ohne es zu wissen. Und jetzt glauben sie immer noch, sie müssen sich für irgendwas entscheiden. Dabei haben sie sich mit der Geburt entschieden, das hier, was jetzt da ist, zu erleben. Und das ist gut. Das ist gescheit gut. Wir haben unglaublich lange darauf gewartet, diese Zeit, die jetzt da ist, zu erleben. Eine Zeit, in der wir das Logo eines Sportvereins genauso frei und liebevoll diskutieren können wie eine Religion. Und eine Zeit, in der wir genauso frei, liebevoll und unvoreingenommen darüber diskutieren dürfen, ob die Erfindung eines Staates Sinn macht oder nicht. Ich kann mich doch entscheiden, ob ich als Fußballer ein Trikot anziehe. Oder ob ich als Polizist eine Uniform anziehe. Oder ob ich als FKK-Urlauber alles ausziehe. Das ist doch nicht so tragisch. Für einen Teil der Menschen ist es aber offenbar immer noch sehr, 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 sehr gefährlich. Wobei um gefährlich ja das ehrlich drin steckt. Sehr gefährlich, nur darüber nachzudenken, dass es so etwas wie einen Staat möglicherweise gar nicht geben könnte. Nur die Idee, darüber nachzudenken oder darüber zu sinnieren, bringt sie so nahe an einen Schmerz, an eine herzverkrampfende, atemraubende Situation, die wahrscheinlich ihre Ahnen irgendwann mal erlebt haben und sie immer noch in sich tragen, ohne dass sie erlöst ist. Dass sie sagen, na, na, gar nicht, na, na. Und ja, freilich, wo kommt man denn da hin? Also du bist ja da. Da braucht man nirgends mehr wo hin kommen. Wir sind genau dort hingekommen, wo wir sein sollten. Wir sind jetzt im Paradies wieder angelangt. Und angelangt, Angela, angelangt, also geerdet durch die Angela sind wir wieder im Paradies. Das heißt, ich erkläre es dir jetzt. Alle Syrianer, die Assyrer, Syriah, Syriah, Swaha, also alles was mit Syrien zu tun hat, dem Sonnenland, alle Syrier sind deshalb zu uns gekommen, möglicherweise, weil sie der Amerikaner bezahlt hat, das spielt aber keine Rolle, um uns Menschlichkeit abzugewinnen, um uns vom Krieg Traumatisierten in der dritten Generation immer noch die Schuld des Holocaust tragen, den endlich davon zu befreien, dass wir immer noch diese alte Geschichte, wie sie war, ist völlig wurscht, mit uns rumtragen. Und darum hat das Ganze auch begonnen in Lampedusa, am südlichsten Zipfel von Sizilien, da unten Malta, Italien, weil Mussolini war der Dritte im Bunde, der gleich gesagt hat, hey, Trio infernal, wir machen einen Weltkrieg und ein Weltreich. Der Erste, beziehungsweise der Zweite im Bunde, neben Adolf, war der damalige österreichische Oberhäuptling, die gesagt haben, hey, die Deutschen gehen jetzt Weltreich bauen, da machen wir doch mit, geht doch von den Österreicher weg. Und dann ursprünglich natürlich von Deutschland ausgehend diese Geschichte, die heute gerade umgebaut wird. Das heißt, von Deutschland ausging die Idee, und die war sicher nicht alleine die Idee vom Aha, Aha, wir bauen ein neues Weltreich, ähnlich wie Julius Caesar ein Reich bauen wollte. Die kamen dann nach Österreich, die haben alle gesagt, yes, we are with you, wir sind dabei, die Italiener auch. Jetzt, wenn wir uns die Flüchtlinge anschauen, die kommen in Süditalien an, werden durchgeschleust, Österreich ist ein Durchgangsland, und sie wollen alle nach Deutschland, bis sie dort merken, aha, da finde ich das gar nicht, was ich wollte. Man hat mir ein Auto versprochen, ein Haus, ein Haufen Geld, ich habe mein ganzes Geld, das ich noch hatte, zusammengekratzt, um hierher zu kommen, und siehe da. Die haben uns verarscht, die zu Hause in Syrien, oder die, die uns hierher geschickt haben. Was machen wir jetzt, wir gehen nach Finnland, wir gehen Richtung Norden, und Finnland, Finn, Finale, Finn, am Ende steht Finn, fliegen wir wieder heim. Ob die jetzt zu Hause denen, die sie verarscht haben, aufs Maul hauen, oder nicht, das ist ja nicht immer unser Problem, sondern es geht darum zu erkennen, was da eigentlich für ein Film läuft. Und der Film heißt Erlösung, und zwischen Italien und Deutschland liegt Erlösterreich, und genau deswegen sind wir da. Und wenn du immer noch diesen Film anschaust, den ich da jetzt einfach in die Kamera quacke, dann könnte es sein, dass du mit dieser ganzen Erlösung und vorherigen Unerlöstheit in Resonanz bist. Und wenn die das, was ich sage, nicht aufregt, sondern eher anregt, dann wäre es schön, wenn wir uns kennenlernen. Weil es einfach wichtig ist, dass diejenigen, die das vor langer, 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 langer Zeit eingefädelt haben, und das ist sicher nicht der erste Weltkrieg, das waren sicher nicht die Franzosen, das war auch nicht, was weiß ich, die Kreuzigung Jesu Christi, die so gar nicht stattgefunden hat, das waren auch nicht die Kabbalisten, sondern das waren wir alle. Wir alle, wie wir jetzt hier sind, haben das eins eingefädelt, dann haben wir uns gegenseitig vergessen, bekämpft und gefürchtet, und jetzt lernen wir uns wieder berühren, wahrnehmen, als gar nicht so schlimm zu sehen, und sind jetzt wieder da, um das Ganze zu Repares, also zurück ausgleichen, reparieren, Repares zu machen, und ja, das ist schön, wenn du da auch dabei bist. Voll schön. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer durch mich mit dir da sprechen will oder wollte, ich merke gerade, das ist voll angenehm da, dass das Feiern über mir brennt, und ich spüre jetzt, dass wir so drei bis fünf Minuten vor dem Zeitfenster für Agnihotra sind, und dann, nachdem ich jeden Morgen und jeden Abend diese vier Minuten dieses Urfeuer, dieses vedische Feuer entzünde, mache ich das jetzt dann auch und sage der Weiher mal Tschüss. Namaste und ja, ich habe so richtig ein Brustteil. Und dann, bei mir, mit dir zum R wooden, mit dir zum R atmen, Ciao dabei! Im T сум converted four. Bei dir! Tillich interpreting. oh cap-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Untertitelung des ZDF, 2020